wir kommen zurück wir haben jetzt beide sachen und einer will mehr ich habe ohne witz in der letzten folge mit dem wolf ich habe jetzt nicht damit gerechnet dass er den tötet ich habe eigentlich damit gewisse der rettet den dann nehmen die zusammen so so was dass er sich dann ein scheiß pelz draus macht glaube sagt macht er sich da ein scheiß pelz draus ich glaube es hackt er sparen punished him avoided him eluded him masters grace taught disciples plot sought his golden long staff meant nothing once mortal compassions took root but it's at first two could fall in this way das ist ein anderer mann tippe ich okay on a white deer or a green ball the celestial courtiers mount on a sion lion or a white elephant the body satvers right this great beetle too could be someone's mount they could have put their belief in anything yet they chose a yaugwai those who deny the rules must suffer the roth no wind brought such destruction here the samadhi wind brought only malice here rajura's and arhats before you have been assured if you have any help for the discerning master it was his blessing but also became his curse ob wir haben jetzt alles kaputt was hier auf dem kommischen teppich war viele dauer der unbezwingbarkeit der ersten aktion aller felsen viert glockenklang verkürzt abwehrzeitfenster von felsen fest Erhüllt vorübergehend den Erf nach einem... Erhüllt vorübergehend den Angriff nach einem... Keine Ahnung. Ach, das ist das vom ersten Kapitel. Das ist das vom zweiten Kapitel. Wir haben uns alles angeguckt. Kapitel 3. Weißer Schnee, eisige Kälte. Stimmt, wir sind bei Kapitel 3 jetzt. Kapitel 3. Bleck, ich komm dich holen. Gut, ich hab doch drei Kapitel, da hast du noch Vorsprung. Was kommt denn jetzt? Hm? 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 Gut. 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 Oh hi! Hey, ich würde gern mit dir reden, wo komme ich denn jetzt? Ah, ich komme dann aus der Stadt, höre ich gerade. Ich will nur gucken, ob es hier lang geht. Natürlich nicht. Dann gehen wir da lang. Ja, wir sind schon bei Kapitel 3. Das ging aber relativ zackig, glaube ich. Oh. Ah, jetzt kommt das mit dem Schnee. Okay. Ich bin nicht der Langs. Nein. Ich bin nicht der Langs. Nein. Ich bin nicht der Langs. Nee, Hügelfahrt. Okay, da ist ein Weg. Du bist kein... Du bist kein Weg. Okay, dann müssen wir da lang. Ah, meine Schneewegefahrt. Nein. Nee, warum kann ich ihn jetzt? Nee, nein. Nee, nein. Nee, nein! Hier komme ich nicht lang, ich sammle erst mal ein bisschen. Komm, die bewegen sich doch gleich oder zumindest eher da oben. Das ist ein Affe oder nicht? Oh, das ist ein Affe oder nicht. Oh, das ist ein Affe oder nicht. Dankeschön dafür. Aber hier gibt es nur einen linearen Weg. Das ist ein Affe oder nicht. Okay. Also ich kann keine neuen Klamotten machen. Gut zu wissen. Wir müssen mal gucken, dass wir irgendwo mal welche machen können. Ich kann die Diepen hier kaputt machen, gut zu wissen. Da ist nichts drin. Schön ist, du kannst nämlich ja gucken. Hm. Du schreck dich leid. Hallo, du Affe. Sag jetzt nicht, ob es mit dem Boss... Makakenhauptling. Ja. 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 Ja, da bleibt noch mal stehen. Ja, das war klar. Oh, mein Gott. Hallo, Halli, Hallö, Hallöchen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ah, der Apfel hört sich ja noch viel besser an. Yay, ich hoffe, dir geht's gut. Wie siehst du mit dir aus? Spielst du Bukong? Oder was spielst du gerade zurzeit? Oh, ich... Ich bin nicht mehr. Was wir den machen, gehen wir erstmal hier hoch. Oh mein Gott, der... Oh mein Gott, der ist wieder rum, weil die Gamescom nehmen wir das dann können. Ich spiele in den Samstag und damit komme ich nicht gleich. Oh, und wie ist das Spiel? Ah, da kannst du dir ein bisschen zugucken. Du kannst dir das Spiel ja ein bisschen angucken, ein bisschen Feeling. Okay, wir gehen erstmal den einen Weg. Das ist mir irgendwas... ...und witzig. Okay, wir gehen jetzt. Okay, wir gehen jetzt mal. Okay, wir gehen jetzt mal. Okay, wir gehen jetzt mal. Oh Gott, ja. es gibt noch eine andere war froh das ist die einzige keine ahnung so weit bin ich noch nicht das herauszufinden bis es gibt es die eine die du aufwerten kannst ob es noch andere waffen gibt weiß ich nicht da müsstest du black fragen wo der ist weiter als ich im spiel der ist weiter ja gut da fehlen mir halt das verstehe ich halt nicht ja gut da habe ich eine vielleicht gekriegt weil ich die dings gemacht habe ja zum mitfübern ist das game auf jeden fall voll geil das schöne hier an dem spiel ist halt einfach dass du hier wenn du stirbst keine seelen verlierst du musst dir keine sorgen machen nicht mehr du musst sie nicht einsammeln und so deswegen ist das schon ganz cool hätte zwar gerne hier oben so ein so ein schreien gehabt wo ich mich hinsetzen kann aber habe ich wahrscheinlich nicht aber wir gucken mal dass wir das spiel bis nächste woche einmal durch rushen beziehungsweise bis zum dreißigsten weiter konnte mich aber du bist doch es ist Warum aus Hassgründen? Wieso? Soll ich mich wieder zurückfahren? Warum denn aus Hassgründen? Versteh ich nicht. Okay, den haben wir schon mal, dann brauchen wir den hier nicht mehr machen. Da mach ich eine Sache jetzt mehr ab als so. Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Wir gehen jetzt trotzdem erst da lang. Okay. 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 Geht doch. Habe ich mir fast gedacht, dass hier ein Geist ist. Das habe ich mir fast gedacht. Oh, Alter, dein Ernst? Oh, will ich da rein? Ah, okay, da komme ich nicht rein. Ah, guck mal da. Aber ich habe Eos gekriegt gerade. Ah, guck mal da. Er wird im Zustand eingefroren. Er wird im Zustand eingefroren. Die kriegt das... Eingefroren? Ah, Blut des... Okay, Blut des Eisenziehers ist für die Rüstung. Okay. Okay, das sind Materialien für die Rüstung. So, jetzt gehen wir da einmal runter. So, jetzt gehen wir da einmal runter. So, jetzt mal da lang. So, einmal veredertes Eisen. So, einmal veredertes Eisen. Jetzt gehen wir da hin. Das ist ja nicht der kleinsten. So, jetzt gehen wir da hin. So, jetzt gehen wir das. Und dann, wir gehen hier rein. Hier ist nichts. hier haben wir auch nix mehr Faith and devotion quite the notion yet how many can claim a mine so pure still and sure Look at you through the heavy snow you roll Desiring that thing no doubt I read your fortune before you cave care to hear Ich will nicht fliegen. Ich wollte mir nur umgucken. Ich wollte mich nur umgucken. Das muss ich gleich mal machen. Warum bin ich jetzt eine scheiß Fledermaus? Das Musik ist cool. Das Musik ist cool. Das ist doch eine doofe Falle, oder? Ich will erstmals gucken. Ich bin da oben. Der hat uns da so schnell weggeholt, ich konnte nicht mal gucken, ob er in einer Ente, erkenne ich irgendwo noch irgendwie eine Truhe oder so ist. Was war das jetzt? Das waren wahrscheinlich meine Kopfhörer, die sich gerade selbstständig haben. Wir rennen jetzt halt einfach einmal hoch. Oh, wir haben 10 K. Ja. Ich kann die Dinge geben, nur vier Stück. Hallo. Ich will nicht irgendwie was verpassen oder sonst was. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja, wie gesagt, vielleicht hast du ja auch Sachen, die ich noch nicht habe. So, wir sehen uns, wenn wir gleich, beziehungsweise wenn ich da gleich wieder an den Punkten, wo wir vorhin waren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.